Also wirklich sehr unnötig. Wir haben eigentlich in den ersten 30, 35 Minuten alles im Griff gehabt. Wir haben wirklich ordentlich gespielt, Möglichkeiten rausgespielt, auch nichts zugelassen. Und dann irgendwie den Zugriff oder das, was wir vorher gut gemacht haben, haben wir dann nicht mehr gemacht oder weniger gut. Und somit haben wir hoffentlich ein bisschen ins Spiel kommen lassen. Und es war ziemlich unnötig. Ja, ich glaube, so kann man es perfekt beschreiben. Und ja, sehr unnötig. Wir wissen nicht genau, warum wir dieses Spiel verloren haben. Weil ich glaube, in der ersten Halbzeit waren wir ja klar die bessere Mannschaft. Kriegen wir in den letzten zwei, drei Minuten das 1-1, was auf jeden Fall kein guter Zeitpunkt ist. Aber gut, nach der Pause haben wir uns nochmal gesammelt und viel vorgenommen. Und dann kriegen wir, glaube ich, eins, sicherlich zwei unnötige oder sicherlich zwei unnötige Gegentore. Wir haben selber auch noch gute Chancen gehabt, denke ich, gerade in den letzten zehn Minuten. Aber letztendlich war es zu wenig Struktur in unserem Spiel. Zweite Halbzeit, zu wenig in der Tiefe gespielt. Nicht zwingend genug, um wirklich das Spiel zu gewinnen, denke ich. Klar, es ist nicht so einfach. Die haben dann auf Konter gelauert. Wir haben denen den Gefallen getan, dass wir teilweise dann auch in diesen Pulk noch reingespielt haben. Wir haben es ein bisschen verpasst, einfach schneller die Seite zu verlagern und in die Tiefe zu kommen. Und dann war es heute, ja, ich glaube, das war so ein bisschen der Knackpunkt, der uns dann gefiltert hat, um speziell nach dem 2-1 richtig Druck auszüge. Ja und nein, es ist auch nicht schlecht, einmal den Kopf frei zu machen, nach einer langen Vorbereitung drei Bundesligaspieler jetzt mal was anderes zu sehen und zu haben. Das ist immer schön. Aber wir freuen uns dann wieder zurückzukommen und dann wieder mit voller Energie zu Hause hoffentlich die drei Punkte wiederzunehmen. Das ist immer wieder zurückzukommen und dann wieder zurückzukommen und dann wieder zurückzukommen.